Pizzateig in 8 gleich grosse Stücke schneiden. Mit wenig Öl bestreichen, mit 2 Esslöffel Thymianblättchen bestreuen, ca. 15 Minuten in der Mitte bei 180 Grad backen. Zander in Stück schneiden, würzen und mehlen. Den Fisch in einer beschichteten Bratpfanne im heissen Öl, portionenweise beidseitig je ca. 2 Minuten Brötchen, warm stellen. Gurken in Würfel und Garnischon in Scheiben schneiden. Gurken, Garnischon und 1 Esslöffel Thymianblättchen in der gleichen Pfanne zugedeckt, ca. 5 Minuten dämpfen. Butter dabei geben und salzen. Zander mit Gemüse und der Pizzaecke anrichten. Einen guten!